Zwei Fotografen verirren sich im Dschungel, worauf sie plötzlich einen Löwen sehen. Da zieht einer der beiden Fotografen seine Turnschuhe an, worauf der andere sagt. Glaubst du wirklich, dass du mit diesen Turnschuhen schneller sein wirst als der Löwe? Da meint der Erste, muss gar nicht schneller sein als der Löwe, ich muss nur schneller sein als du. Bei Aktienanlagen spielt es keine Rolle, wie gut ihre Aktien sind. Das Einzige, was zählt, ist, wie viel besser sie als alle anderen Aktien sind. Deshalb haben wir bei Obermat eine einfache, aber sehr robuste Methode der Aktienanlage entwickelt. Sie heisst indexierte Leistungsmessung. Jede Aktie wird danach beurteilt, wie viele Wettbewerber sie geschlagen hat. Der Obermat Rang gibt also an, wie viel Prozent der Wettbewerber übertroffen wurden. Die besten Aktien erhalten einen Rang von 100, die schlechtesten einen Rang von 0. So einfach ist das. Die Aktiensuchmaschine analysiert über 10'000 Unternehmen weltweit und zahlreiche Finanzindikatoren, sodass sie nur die besten Aktientitel zur Auswahl erhalten. Nehmen Sie sich also Zeit und nutzen Sie die Aktienmaschine, damit sie zur schnelleren Hälfte im Investoren-Dschungel gehören. Viel Erfolg!